dann tun wir doch mal rupt die eingefallen und spiel ein bisschen autoren so zufälliger modus wie jetzt suche abgebrochen nochmals im moment haben wir nicht nach dem logan aus aus dem x-men benannt bau hat mausefalle auch dass die jetzt näher einfach noch ja morgen morgen ja ja also voller hat auch die dlc heißt du oder einfach wirklich nur so ja einfach mit zwei namen mit zwei thomas logan schmidt martin logan müller ich glaube ich glaube den besten witz den man sich mal so antun kann ist wenn man sich einfach mal so anschaut unter welchen vornamen manchmal ihre leute also da was vornam manche leute ihre kinder hat beim standesamt beim welches amt ist es beim amt anmelden möchten und dabei aber siehst wie unglaublich falsch englische namen teilweise geschrieben werden das finde ich immer echt kann ich mich jedes mal drüber totlachen du kannst dich besonders über andere menschen todlachen oder die vielleicht irgendwie jetzt geistig nicht ganz so auf deinem niveau sind oder das ist so ein ding da ist so ein humor hast du ne ja definitiv ich meine wenn wenn ich finde man sollte man sollte schon wenn man einen kind seine kind einem namen gibt dann sollte man schon wissen wie man ihn ausspricht wie man ihn dann richtig schreibt aber wenn ich schacke line mit sch und 2k schreiben will dann ist das doch ist es doch vollkommen ordnung ja natürlich ist da auch schacki ein guter guter spitzname würde ich sagen ja schacki die mörderbraut und was spielt hier gerade frage ich bin jetzt fragt auf rebellenbasis oder ja ich bin auch fort das sind ja nicht so drin als wärst du bei uns mit drin also das wird aufgeführt auf dem eisplaneten oder wo seid ihr ja in der gewährleistung ich stehe hinter dir telekommander was ist los alles gut nur weil wir doch best spielen oder oder outer rim spielen wollten ach gutes argument das ist total war aber trotzdem stimmen jetzt das und das gute ist wir sind fünf sechste des gesamteams das heißt wir werden auf jeden fall gewinnen folgen weil die anderen vier leute sind ja das ist fair ja das ist definitiv ja das ist gut durchdacht kommen wir rennen jetzt nicht durchmasse ich immer recht sein gehen und wir zu blocken aber das recht wahrscheinlich weil er hat mich aus der spielersuche rausgeworfen ich habe neu gesucht und dann ist ja egal das ist halt gerade winter auf tätowien einigen wir uns darauf sind nicht immer winter auf tätowien eher selten also herrschen er hat es nicht sofort verstanden sei ehrlich ich habe ihn auch nicht verstanden weil wir uns bei unserer fach glaube ich auch gerade ja pass auf lobe und direkt vor die sind einige da wird ich schon mal die fach für uns jetzt gibt es genau das besser gelaufen hinter dir ich habe ich gerecht also nicht gerecht beschützt ich bin der beschützer nennen mich einfach was mich was mich gerettet ja ja hinter mir ist noch einer loben dass ich am besten vor verzeihen als selbst das geiler bock jawohl das sollte eigentlich die aufhalten gut gemacht ab und schwarz fläche sind das immer hinter uns gucken habe ich mir gerade so gedacht aber ach das sind ja zwei oben auf dem millennium falken ist übrigens auch noch einer vorsicht kacke einheitlich lasse auf dem millennium falken sein den sniper ich da jetzt weg jetzt geht es jetzt findet ihr wieder zu schreiben auch hier bei unserer base nehmen also verleiten sich schon geholt wenn jemand weg haben wir auch gerne ein bisschen kirsch eis und habe ich mitbringen da bin ich dabei das wäre nicht schlecht kirschpizza und hawaii eis bei uns sind vier leute drin wir machen halt wieder den selben legendären fehler wie immer wir sind in der überzahl aber arbeiten jetzt team das ist echt ziemlich doof irgendwie ist leider nicht mehr überzahl aber wir sind als team unterwegs das stimmt das meine ich ja damit ja jetzt klug scheiße ach ich bin der fracht falsch aus wir spielen der fracht das ist ja toll so echt ich dachte ich bin der fracht das habe ich gar nicht geblickt ja so toll mausefalle hat die fracht auf jeden fall der fracht ist zurück lauf junge lauf und von ist tot ach ich habe ihn erwischt das war die rakete vom feind deswegen war mausefalle tot das erklärt einiges so wie kommt man ich bin aus versehen in die ego perspektive gegangen wie kommt man denn hier wieder raus gedrückt halten nach unten steuerkreuz stimmt also gott ist das ungewohnt stimmt die fracht zur hälfte durch leute passt auf das auf die fracht liegt da ihr müsst zu können unbedingt 11 minuten geht die runde noch da geht doch da ist einer lang ich habe aus irgendeinem grund ja eine ego perspektive kannst du nicht vergessen ich wollte euch bei dir spawnen telekommander aber du lebst irgendwie immer zu kurz ich hab's dir gleich getan ich liebe es ich kämpfe ein bisschen kommen wir tun bisschen kämpfen das machen so selten auf der linken flanke steht ein geschütz von den gegnern hat sie dadurch wollte ich habe meine pack da rein ist auch sehr empfehlenswert ich bin bei dir an deiner seite bis zum ende bis zum ende bis zum bitteren ende hat und hinter dir ist einer hinter wem wer ist denn dir ja keine ahnung ich sehe das auch nicht du hast du meistens weil auch mein partner ist irgendwas erfasst ich werde von ort du scheiße da sind geschützt da waren geschützt dass du es weg warst nachdem es mich gekillt hat ja danke dass du gestorben ist um mich darauf hinzuweisen alle sehr glücklich wie immer hat aus aber wie er schon meint heute ein klassiker gut gegen böse sind wir gut wir sind gut oder das haus wir spielen auf der guten seite das heißt nicht dass wir gut sind ja das ist wohl wahr ich verstehe da ein wortspiel von mc ralph ja manchmal ist hat er so ein geistesblitz mit kommentierung mit niveau wer merkt sofort ich ja klar ich gebe euch rückendeckung jetzt ja noch nicht weil wir das sind wo er das umsteht logo und ich wir wollen aber das ganze schlitte da ich war wirklich ein sechster das kräfte wollen wir jetzt verkack eiern ja eigentlich ist es gefakt ist das verkehrt rum oder da hat einer den excel filter falsch gesetzt würde ich sagen kacke was ist das war gerade ein schrei der durch mark und bein ging alter falter also für acht minuten entweder halten das ganze oder noch mal ein bisschen nachlegen ja acht minuten ist echt lange ja ja ich habe meine bank ja in deutsch er hat sogar übersehen er überlebt das gibt es ja nicht keine sorge ich habe die brechen links durch vorsicht naja okay ich glaube das probleme bei denen ist die konzentrieren sich mehr auf das abschießen von uns als auf bis tatsächlich hier holen der fracht habe ich das gefühl stimmt was du noch machen ja ich will mich auch nicht beschweren den kill habe ich dir geklaut naja ich habe einen zeige gewert auf ballert den kill habe ich dir auch geklaut ich habe die auch geklaut ich habe die fracht nein nein blöd warte ich komme ich komme wir können rein da hat sich da sehr unglücklich hingestellt tschuss merkmal stufe 2 läuft 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 kacke ja das wird schon das wird schon es klappt aber nicht so richtig wir kommen jetzt nicht durch die verteidigen richtig das ist das problem ich bin an der fracht und da campt einer in der ecke ja jetzt ist genau das meine ich nicht platt gekriegt ich werde verrückt den größten deren team ist gerade am verteidigen und dadurch kommst du da echt nicht rein aber so lange wir weiter druck machen gewinnen wir es gehen trotzdem weil sie die fracht muss man es nicht holen ich habe total den kassen spiel den hole ich mir jetzt jetzt erstmal zu unsere fracht der lebt immer noch ach da stehen sie zu zweit alter wir müssen ja jetzt mal rein rush echt schwer da rein zu kommen du kommst da nicht durch das hat keinen sinn dass fünf minuten jetzt einfach weiter druck machen dass wir das die unsere facht nicht holen zumindest nicht zweimal und dann haben wir das ding gehockt na gut ich glaube nicht dass wir es nochmal schaffen da irgendwie was zu machen zweifel stark einfach nur noch verteidigen siehst du da was telekommander was ich nicht sehe oder genau ich hab den erwischt tatsächlich nicht schlecht guter man ich hab mich schon was bist du hinter mir ich bin hinter dir sowas von vor uns läuft auch schon einer von unseren buddies hinter uns ist auch irgendeiner das gefällt mir nicht bloß Verfolgungswandel oder bei uns ist glaube ich einer die Vergebungsformaten gekehlt war schon und da ist noch einer drin ich wohne dir den das sind zwei drin okay mal so verlag die hat die Fracht ab 1 also von der sucht den weg aus ich habe ihn ich bin tot ich habe ihn gepasst alles alles gut na leu was ist denn jetzt hier für ein spawn gewesen da also was habt ihr gemacht wie in einer granate gestanden oder was achso ne ne wir wohnen nicht zu dritt oder so auf einer stelle erschossen achten da ist noch einer bei uns gleich achten sich aggressiver anpasst auf die granate hinter uns shit schade der scheiß scout bist du ich habe einen alles gut ich habe einen ich habe einen so ein spatter ich gehe auf die andere seite so wir haben jetzt einen ansatz weise gut als team funktioniert finde ich ja ne uah hilfe ich mache jetzt verteidigungsstellung ja aber aufpassen dass sie nicht auf der linken seite durchkommen ach so geschützt ich komme jetzt über die mitte die kommst du nicht über die mitte ja das geschützt ist weg ist weg dann über die mitte auch noch rein alle alle riesen tier und riesen tier über die mitte wenn die alle hier sind kann ich mir die fracht holen ja schon aber die haben sich dann unsere aufgabe und ich begrüße ich hoffe nicht weil ich bin da drüben sind sie alle ich hatte die fracht für drei sekunden ich habe gedacht ich glaube die granate weg alles gut zweieinhalb minuten noch wir schaffen das leute so ich beantworte mal zwei fragen aus dem chat ja ich kann in der ego perspektive spielen das mache ich jetzt einfach mal ich glaube aber nur dass es nichts hilft und und der liebe marvin fragt ob er mitspielen kann ja grundsätzlich sehr sehr gerne sogar eine freundes anfrage an den mc ralf mit dem kleinen blauen männchen und dann ist das der weg zu seinem virtuellen glück frage mich ob das eine anspielung ist mit dem kleinen blauen mänchen zu seinem glück bei einem kleinen blauen mänchen da kommt immer noch an ich glaube die forschen wieder ja die haben mich gerade ist gewusst die haben mich gerade sehr mal gepusht habe ich erlegt die anderen kommen ich will mir die fracht holen aber ich sterbe ständig muss auf dem radar gucken ach und dann sterbe ich nicht mehr beschossen wirst ja ich weiß das auch wenn ich tot am boden liegt weiß ich das auch so wie jetzt zum beispiel ich wurde von vorne erschossen das fenster ist nicht offen auf der anderen seite auch gerade besucht und lieber marvin nein es ist überhaupt kein problem wenn du kein headset hast wir werden froh ob die hätte keines danke dir ist echt nett wie immer mcgryph ist einfach der macht sich aber immer nur freunde der weiß genau wie er mit den menschen zu reden hat der hat einfach freuen überall auf der welt hätte sich auch mal problemlos warm freunde freunde kosten nur zeit und energie was soll der schmarrn und feinde kann man nicht schießen eine gute noch 7 zu 3 ganz entspannt geschützt lieber ein doppel sie darf ich bitte wieder die third person perspektive wechseln das ist da wird mir wird schlecht anstrengend aus der ego ja es ist echt auch nicht so gut also das ist nicht dein ernst das ist nicht dein ernst partner gerecht zehn sekunden leute zehn sekunden geheilt aber noch noch ein krieg geholt ja komm lady ist ganz entspannt jetzt läuft solider sieg gut gemacht das ist echt wow logan du rockst echt unser das ist sie gut nach oben das merkt man natürlich mal auch sehr solide gespielt 30 zu 13 ja meine güte meister fracht geliefert logan mit einer ja hab dich schwer auch aber egal weil die haben Studies Das war's.